Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Sie hören Kontrafunk und Sie hören die Sendung Unterfreunden mit Bernhard Lassan. Dazu begrüße ich Sie recht herzlich und ich begrüße recht herzlich meinen Gast, der extra angereist ist, was ich ihm hoch anrechne, bei dieser Hitze. Er hat doch das Hemd noch aufgeknüpft, weil er leidet wahrscheinlich unter der Hitze. Also ich begrüße ganz herzlich Stefan Krähe. Hallo Stefan. Hallo. Ich habe nur überlebt, weil ich mehrere Wärmeschutzräume aufgesucht habe. Zwischendurch. Da hat mich überall ein bisschen abgekühlt und dann heißt es schaffen. Und du heißt wirklich so Stefan Krähe und so wie das Wappentier? Wie Schwan, Schwarz, Maume, nur Krähe. Wenn man dich im Internet googelt, muss man AE schreiben. Aber wenn man ein Logo von dir sieht, dann sieht man über dem Ahr so diese kleinen Flügelchen. Das ist also wirklich dein Wappentier, die Krähe. Und es gibt dich als Einzelsänger und es gibt dich als Band. Gezwungenermaßen eigentlich. Ich habe mich nur als Band, aber jetzt bin ich auch als Einzelsänger. Ach so, so rum beide. So rum, ja. Ich bin ja nicht, aber wenn die startet, ja. Ich will dich erstmal ein bisschen vorstellen, indem ich mal zwei Lieder von dir vorstelle. Das eine Lied ist ein Lied für die Politiker. Ja, da kommt die Zeile drin vor. Wer einmal lügt, dem glaubt man nichts und ich glaube nichts mehr. Was Interessantes an dem Lied ist, dass man nicht weiß, auf wen das sich bezieht. Es gibt bei dem Lied im Schluss eine Geräuschkulisse. Da hört man so Stimmen im Hintergrund. Man weiß gar nicht genau, wer da redet. Und ein einziger, den ich erkannt habe, war, ich gebe euch mein Ehrenwort. Aber der ist auch schon verstorben über diesem Ehrenwort. Wenn du jetzt sagst, du glaubst den Politikern nicht, worauf bezieht sich das? Es ist so, dass ich nicht glaube, dass jemand, der mit wirklich guten Absichten, der ehrlich ist, aufrichtig und sagt, was er denkt, dass der überhaupt eine Chance hat, ganz nach oben zu kommen in so einem Parteiensystem. Wenn jemand nicht die Parteideologie komplett mit 100 Prozent einatmet, was von ihm vorgegeben wird und da nur kleine Kritiken dran gibt, hat er halt eine Chance, da oben hinzukommen. Und deshalb glaube ich auch, dass ein wirklich juter Politiker, so ein Obama, der typische Schwiegermutter-Traum. So elegant. Der richtig perfekte Politiker, der kann dich anlächeln und dir ein Messer in die Brust schieben dabei. Nur dann kann er so ein Obama überhaupt wehren. Bevor der da hingekommen ist, hat er so viel Ellbogen und so viel um sich getreten, um da hinzukommen, dass der niemals der sein kann, den er vorgibt. Und deshalb bin ich auch absolut strikt gegen Parteiensysteme, weil so ein Fraktionszwang in sich ja schon demokratiefeindlich ist. Das sage ich, ich befürchte, dass du gleich so viel erklärst. Ich wollte eigentlich viel weniger wissen. Okay. Ja, ich habe gedacht, beziehst du dich auf den Fall, dass wir jetzt wissen durch die RKI-Files, dass wir betrogen worden sind? Oder beziehst du dich jetzt auf den Fall, dass die Grünen gesagt haben, keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete? Hältst du es bewusst allgemein? Du sagst keinen Namen. Du sagst nicht, du, Annalena Baerbock, hast uns betrogen. Und du sagst nicht, du, Herr Lauderbach, hast uns betrogen. Sondern du hältst das allgemein. Na klar. Ja, wir wollen nämlich ein bisschen darüber reden, ob politische Lieder so sein sollen. Sollen die konkret sein, verlieren die da nicht schnell an Bedeutung oder an Aktualität, wenn sie das wirklich sind und die Namen nennen? Oder sollen sie was Allgemeingültiges zum Ausdruck bringen und sind sie dann vielleicht den Leuten manchmal zu blumig oder zu abstrakt? Ja. Ja. Ich habe mir dann so gedacht, ich erreiche dann nur die Leute, die ich eh schon habe, wenn ich jetzt so schimpfe. Ich kann keinen Neuen damit überzeugen, von meinen Argumenten. Der wird nichts von dem annehmen, wenn ich da sage, das sind die Bonzen, das sind die Bösen. Also du reichst damit nicht. Und deshalb habe ich gedacht, das ist auch nicht wichtig, dass man was erreicht, dass man oft zeigt, wert ist. Man muss ja eigentlich nicht sagen, wert ist, sondern dass das, was kommt, schlimm sein wird. Und deshalb habe ich diesen Song, Mama, geschrieben, aus der Sicht der Mutter. Bei dem liegt, da gehst du anders vor. Da stellst du nicht ein Prinzip dar oder eine allgemeine Auffassung über Politiker und über deren Verlogenheit, sondern da gehst du aufs Gefühl. Da beschreibst du, wie der Junge seine Mutter tröstet. Gibt es dazu ein Vorbild oder hast du dir das jetzt ausgedacht? Das war eigentlich wirklich meine Vorstellung von dem, wie es sein könnte, sein wird, wenn so ein Krieg ausbricht. Wer stirbt denn jetzt? Das sind die jungen Menschen. Die sind als Erste weg. Dann werden die Älteren. In der Ukraine gibt es ja zwei Generationen, nicht mehr, einfach schlichtweg. Da sind jetzt wieder Mütter, die haben ihre Kinder nie wiedergesehen. Wenn man Atombomben hat, dann kann genau das passieren, dass deine komplette Familie auslöst wird, dass du alleine nur noch da bist. Also ein Kind macht sich ja Gedanken, was Krieg eigentlich wirklich bedeuten kann. Und die meisten sind gut, die wir das letzte Mal erlebt haben. In dem Fall hast du ja so ausgemalt, dass der Sohn die Mutter tröstet. Ich glaube auch nicht, dass viele Mütter möchten, dass ihr Kind Krieg führt. Für Jakin, auch nicht für sie. Dann würden eher die Mütter, würden dann eher erschlafen, als dass sie ihr Kind opfern, damit sie selber leben. Das würde keine Mutter machen. Du hast auch ein Lied geschrieben über den Vater und den Sohn. Ich bin ja genau der Vater, der seinem Sohn zeigen will und nicht dieselben Fehler machte, die er dir gemacht hat. Aber ich will, dass er daraus lernt und ich will, dass er so wächst, dass er versteht, es gab noch keinen Krieg, der für Freiheit oder für Demokratie erfüllt wurde. Immer nur Macht oder Geld und Geostrategie. Im Krieg als erstet stirbt die Wahrheit, sagt man. Und zwar warum? Weil zwei Kriegsparteien bemüht sein müssen, ihr eigenes Volk hinter sich zu scharen. Weil die brauchen A, ihr Steuergeld für den Krieg und die brauchen die Menschenmasse, die sich opfert. Das hat zur Folge, dass natürlich jede Seite erklärt, dass jeweils der andere eine Bestie ist, Kinder frisst, mit Spaten kämpft, sowieso die höheren Verluste hat und auch nur der macht Kriegsverbrechen. Und wer jetzt einer Seite glaubt, der glaubt einer Kriegspropaganda einer Seite. Niemand kann hier sagen, dass Putin böse ist oder wir die Guten. Weil wir nur Informationen haben, die von der Kriegspropaganda kommen. Da stehe ich immer die Frage, wenn wir nicht die Guten wären in diesem Krieg, glaubst du wirklich, du würdest es in unseren öffentlich-rechtlichen Medien erfahren? Und wenn die Antwort darauf Nein ist, wieso glaubst du denn zu wissen, dass Putin ein Böser ist? Solche Fragen stellst du dir. Ja, jetzt haben wir aber die Kinder in die Lieder. Jetzt haben wir die Kinder. Wir haben einmalseits den Sohn, der seine Mutter tröstet. Andererseits haben wir den besorgten Vater, der seine Kinder nicht in den Krieg schicken würde. Und das hat ja auch Udo Lindenberg vorgemacht. Er hat ja auch mal, wenn er über den Frieden singt, immer die Kinder auf die Bühne gebracht. Das ist ein Friedenslied, das du auch singst. Kinder sind ja so herrlich ehrlich, ja. Die stellen so Fragen und dann denkst du, ja stimmt doch. Wozu sind Kriege, ja. So einfach, ja. Keiner muss sterben, weißt du. Einfache Fragen, für die wir eigentlich keine wirkliche Antwort mehr haben. Das ist ja das, was er damit gemacht hat. Er hat also mit ganz einfachen Fragen, kindlichen Fragen, wo man nicht sagen kann, kannst du so eine Frage stellen? Beim Kind sowieso nicht. Die haben ja alle Freiheiten. Ja, und ist Udo Lindenberg denn nicht einer, dem man eher zu denjenigen zählt, die systemkonforme Künstler sind? Ich trenne das ja immer. Ich sehe den Menschen und ich sehe sein Wollen, sein Streben. Und ich kann das jetzt trennen. Ich weiß zum Beispiel oder bin mir ganz sicher, dass alle auch nur Opfer sind. Aber die haben ein gutes Lied gemacht. Speziell Udo. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ich war ein großer Fan von Udo. Und ich habe mich wirklich erheirat, als ich dann gemerkt habe, dass jetzt kein Rock für den Frieden zum Beispiel von Udo Lindenberg kommt. Er hat ja gemacht, da war Raketen nicht mal zu denken und an Kriegen nicht mal. Da gab es den. Rock für den Frieden von allen, von BAP und wie soll es hießen. Und jetzt, nee, jetzt passiert sowas nicht. Seit wann haben die die Regierungsmeinung, wenn Linke eine Regierungsmeinung haben, dann lauft, dann lauft schnell. Denn wenn die mit der Regierung einverstanden sind, dann heißt es, dass dort Linke an der Macht sind. Und linke Politik führt immer zu einer Armut, zu einer Gleichhaltung. Sie wollen ja eine Vereinheitliche im Grunde, keine Individuen. Aber das heißt, dass Linke nur existieren können, wenn sie Druck ausüben und Zensur ausüben. Weil sie auch immer in der Minderheit bleiben. Speziell bei Udo ist mir folgendes aufgefallen. Udo ist ja schon relativ alt und er wird jetzt nicht mehr so viele Leute haben, die er besuchen kann. Seine Eltern nicht. Er ist früher ja immer noch an den normalen Leuten, mit denen hat er noch Kontakt gehabt. Einfach nur deshalb, weil man nicht muss, wenn man zu seiner Mutter fährt zum Beispiel. Und dann Verwandte wieder sieht und die dann Gespräche finden. Das hat er nicht mehr. Okay, da will ich jetzt zwei Sachen von dir wissen. Das eine, was du vorhin gesagt hast, wenn die Linken an der Regierung sind, dann führt das zu einer Angleichung nach unten. Hast du da eigene Erfahrung? Na, sagen wir mal so. Du bist ja... Meine Zeit in der DDR? Ja. Wie hast du die überstanden? In der DDR war zum Beispiel, es gab keine Cabrios. Nein. Es gab einen Wart durch Cabrio, der wurde dann weggenommen irgendwann, weil in der DDR braucht keiner höher stehen als der andere. Mit dem Sportwagen. War durch Sport, gab es auch mal in den 60er Jahren. Tolles Auto gewesen, haben sie eingestellt, weil damit hätte man eine elitäre Gruppe geschaffen. Und das sollte nicht sein. Sie sollten alle irgendwie gleich arm, gleich reich, gleich irgendwie sein. Das war dann übersteigert individuell. In Diktaturen nicht gefragt. Ja. Und da hast du darunter gelitten zurzeit in der DDR. Du bist ja aufgewachsen in der DDR. Ich bin jetzt vielleicht mehr Individuum als andere. Einfach durch meine Krankheit. Ich habe ja verbale Inkontinenz und schon immer. Bei mir fällt es einfach immer so raus. Ich sage, was ich denke. Und mir ist immer, ja, was andere davon halten. Und das war schon zu DDR-Zeiten? Das war schon immer so. Ich bin zu DDR-Zeiten schon dreimal gesperrt worden. Gesperrt von was? Na, ich durfte keine Musik machen, weil ich mich falsch verhalten hatte. Das heißt, du hast schon in der DDR angefangen, Musik zu machen? Ja, ja, klar. Damals hatte ich zum Beispiel mit einem Freund, der hat Sex gemacht, da haben wir so ein Liedermacher-Programm gemacht, der ging um vier Jahreszeiten, ganz harmlos. Okay, sag mal kurz, wie alt du da warst und welches Jahr? Da werde ich so 16, 17 gewesen sein. Und das waren so die? Das war dann 84, 85, 86. Ja, die späten 60er Jahre. Und da hast du ein ganz harmloses eigentlich Musikkurs. Es ging wirklich nur Weihnachten, Schneefall, Sommer, bunte Blätter, Herbst und so. Musik dazu. Und das haben wir jetzt aber nicht mal in der Kirche, sondern in einem Gebäude, wo ein Saal drin war, was der Kirche gehörte. Und deshalb musste ich dann bei der SED-Kreisleitung antanzen da irgendwie mit den Kollegen. Und dann haben sie uns erstmal wieder ein paar Wochen gesperrt. Wir durften nicht auftreten. Gar nicht auftreten. Es war die Kontaktschuld. Die Kirche war ja in der DDR der Feind. Ihr hattet Kontakt zu dieser Kirche und das war eure Schande. Wir haben das nicht vor den Arbeitern und Bauern und den Kommunisten. Vor dem falschen Publikum. Vor dem falschen Publikum. Applaus von den falschen Leuten. Genau. Also man kennt das alles. Für mich ist es täglich grüßt das Murmeltier. Und du hattest damals schon den Wunsch, Musiker zu werden oder du warst eigentlich schon Musiker? In der DDR war es ja so, da haben sie ja richtig danach gesucht, weil jeder was Besonderes kann oder eine Fähigkeit hat oder so. Und da haben sie gesagt, der kann singen, also kommt er an so eine Chor Musikschule. Das wäre eine schöne Sache übrigens heute auch. Dann irgendwann sollte ich ein Instrument lernen. Dann haben sie dann immer weiter Druck ausgibt. Im Grunde war der Positives. Du wurdest gefördert. Wurde gefördert, aber das hat nicht funktioniert mit einer Geige. Eigentlich wollte ich ein Klavier, aber Mutter hat kein Geld für ein Klavier. So eine Geige hast du von der Musikschule so bekommen, als Leihgabe. Aber eine Geige ist schwer. Du brauchst bestimmt ein halbes Jahr, bis der Ton, der da rauskommt, klingt wie eine Geige. Und Kinder brauchen ja ein Erfolgserlebnis, dort anzuhören. Aber dann kam irgendwann so eine Gitarre in mein Leben. Und dann war mit 16 klar, so wie bei Udo, der mit 16 sagte, er wird mal Trommelstar, er muss nach Hamburg. War ihm für ihn klar. Er war auch ein tierischer Schlachtserl irgendwann. Und bei mir war klar, ich werde eine Band haben, klar. Hattest du damals schon mitgekriegt, wie Udo Lindenberg im Palast der Republik gesungen hat? Natürlich, jeder Ossi hat das mitgekriegt. Weder hat das geguckt. Udo im Palast der Republik, hallo, natürlich. Das war die Sensation. Ja, absolut. Endspiel Deutschland, die im BRD wäre nicht so interessant gewesen. Hundertprozentig. Also das war wirklich ein Hammer. Aber meines Wissens hat er Rocker gespielt. Sonderzug nach Pankow hat er nicht singen dürfen. Den hat er, glaube ich, nicht gemacht. Den Friedenssong hat er nicht gemacht. Das wäre mir auch gefallen, weil zu der Zeit kannte ich keine anderen Varianten ohne das Kind. Ja. Es war kein Kind. Also in meiner Erinnerung gab es da kein Kind. Ah ja. Aus meiner Sicht hat er Rocker gespielt. Da waren noch drei Songs. Also damals warst du Udo Lindenberg-Fan? Ich bin es immer noch, weil er ist ein Opfer seiner Umgebung. Er kommt nicht mehr woanders hin. Du kannst ja deine Meinung nur bilden aus dem, was du erfährst ringsherum. Weißt du, wenn manche Leute in so einer Blase sind und viele Leute in derselben Blase sind, dann erhalten die ihre Blase. Also wenn man es ihnen erklären könnte, glaube ich, dass man etwas verstehen könnte. Und hast du auch die Befürchtung, dass die Kinder auf der Bühne in die Gefahr mit sich bringen, dass es kitschig wird? Ja, die Gefahr ist natürlich da, aber im Krieg ist halt erlaubt. Auch im Frieden. Ja, wir wollen ja den Krieg verhindern. Wenn Kitsch nun mal dazu führt, dass viele Leute es gut finden, die Welt friedlicher wird, dann bitte mach Kitsch so viel, wie du möchtest. Ja, also das Zielmittel ist erlaubt, es geht um Frieden. Andererseits werden ja Kinder gerne als Propaganda missbraucht. Also ich erinnere zum Beispiel daran, dass ja die bösen Iraker Babys ermordet haben. Da werden ja auch Kinder missbraucht. Das ist ja wichtig. Die Ukrainer haben da auch, da waren auch erst geköpfte Kinder, waren noch von den Russen da. Das hat sich herausgestellt, war auch wieder Blödsinn. Aber man muss sowas machen, eine Plätteng. Wie gesagt, der Gegner, der frisst Kinder und kämpft mit Sparten. Ich halte das für ein Foulspiel, ein künstlerisches Foulspiel, wenn man Babys einsetzt. Krieg ist nur Foulspiel. In der Ukraine wurde ja wie in Chile quasi die Regierung geputscht von den Armys. Denn in der Ukraine wie in Chile wurden danach Faschisten an die Macht gebracht. Die hörig waren der USA. Du redest übrigens nicht so, wie man das heute offiziell sieht. Das ist dir klar, ja? Ja, das ist mir ja. Ich weiß auf jeden Fall, ich kann mich in unseren Medien nicht informieren, weil unsere Medien mir zeigen, wie die Welt sein soll und nicht sagen, wie sie ist. Und es wird in jedem Land so sein, wenn die Regierung die Möglichkeit hat, das so zu tun, dann muss man einen Grund haben, warum sie das nicht tun sollten. Und das hast du schon aus DDR-Zeiten mitgekriegt? Ja. Mit 16 hast du dein erstes Erlebnis gehabt, dass man dich, heute würde man sagen, gecancelt hat. Genau. Damals hieß das noch nicht so. Oder hattest du schon deine Zweifel? Na, sagen wir mal so, ich war so ja noch jemand, der die DDR noch verteidigt hätte. Ja. Und war keiner, der wollte, dass wir jetzt schnell mit der BRD zusammenkommen, weil ich dachte, das wäre stark gegen Schwach, das kann nicht gut für den Schwachen. Aha. Also ich habe es einfach nicht empfunden, dass man auf Augenhöhe miteinander reden kann. Also ich kann nur nicht gut aussehen. Ich hätte mir gewünscht den Westen schon, aber den eben noch besser. Wir hatten nicht wenig Sachen, die auch gut waren, wie Kinderharten und mit dem Essen, mit der Förderung von den Stiften. Also ich habe schon Sachen mit Medizin, mit den Polykliniken. Und das Sandmännchen. Ja, das Ampelmännchen. Da wird ja jetzt auch eine Ampelfrau gehört. Ja, ja. Also ich dachte immer, Sandmännchen und Ampelmännchen, dass wir an die Letzten überlebt hätten aus der DDR. Ich war einfach so auf einer anderen Welle und war ja nicht so glücklich über die letzte Sache. Und ich war auch damals so, dass ich zwar sauer war, dass die mich gesperrt haben, aber ich war der Meinung, dass man das verbessern muss und nicht abschaffen. Hattest du damals Kontakt zu irgendeiner Art von Opposition? Ja, wenn ich den Typen gut fand, der was zu sagen hatte oder mir irgendwie informiert, irgendwas hier jemand, dann ist mir völlig Wurst. Also ich kann da völlig dran zwischen Weltanschauung und Kumpel oder Mensch. Gestern erfahren wir, ein Techniker ist komplett anderer Meinung als ich. Aber wir können miteinander komplett reden. Wir kommen super miteinander klar. Mein Lieblingstechniker, wir haben uns gestern nebenbei über Trump und Krieg unterhalten und Putin gesagt, der ist ja völlig der Propaganda auf dem Hals. Aber deshalb mag ich ihn genauso. Weißt du, kein Feind. Ich weiß, der wird schon mitkriegen irgendwann, dass er auf dem Holzweg ist. Die Sendung heißt ja Unterfreunden. Und ich hätte mir damals überlegt, dass ich ein Motto voran stelle. Ich hatte ein Zitat im Sinn von Jefferson, der gesagt haben soll, er würde niemals einen Unterschied in philosophischen, religiösen oder politischen Fragen zum Anlass nehmen, deswegen eine Freundschaft zu geben. Das heißt, der Wert einer Freundschaft, nun war das damals auch eine Zeit, als Freundschaft noch mehr galt als heute und Freundschaft war nicht nur was auf Facebook. Er würde also niemals eine Freundschaft so gering schätzen, dass er die einem politischen Dissens oder so opfert oder religiösen oder weltanschafft. Absolut richtig. Oder sie sind keine Freundschaft. Ja. Also man muss ja auch ins sehen. Also viele Leute, die jetzt sauer sind mit den anderen, weil sie in einer Meinung sind, das nächste Problem, was die haben, sie denken ihre Politik sehr alternativlos. Man muss sich auch vorstellen können, dass der andere einen Knall hat, nicht meine Meinung ist, dann wird es jetzt vielleicht nicht nach meinem Ding laufen, vielleicht wird es auch ein bisschen schlechter laufen, aber vielleicht wird auch ein paar andere Dudes laufen, wer würde das dann sehen? Und damit bist du weit gekommen in der DDR mit dieser Einstellung? Oder hattest du dann doch mehr und mehr Schwierigkeiten? Mein Problem war immer, dass ich alles hinterfragen muss. Alles Mögliche, ich muss alles hinterfragen. Viel unnützig wissen, was ich bei mir stapelt, ich frage mich immer warum, aber es interessiert mich einfach. Ich glaube, bei der Armee weg, wie ist es heute nicht laufen? Du bist nicht bei der Armee gewesen? Nee, muss ich zum Glück nicht, weil ich war erst zu jung und dann zu alt. Wie hat man das denn geschafft? Die wollten mich erst haben und dann haben die gesagt, wenn du jetzt drei Jahre gehst, dann kannst du jetzt gehen. Jetzt bist du 18, dann bist du mit 21 zurück, kannst Familie gründen und deinen Lebensdufter. Wenn du nur anderthalb gehen willst, dann kann es sein, dass wir dich, wenn du alt bist und Kinder hast, mit 30 holen. Mit drei, wenn du alt bist. Und ich habe gesagt, ja, kann sein, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt mit Musik machen. Und dann haben sie mich aber je wenigstens zu. Und dann mit 27 auf jeden Fall hieß es, wer älter als 26 ist, der wird jetzt nicht mehr so. War das schön, aber ich werde da spießroten gelaufen, weil es kann einfach keine sinnlosen Befehle befolgen. Ist mir nicht möglich. Und hattest du denn Ärger mit deinen Vorlieben? Allein schon eine Vorliebe für Udo Lindbergh. Ich kenne Fälle, dass jemand in der DDR damals Ärger gekriegt hat, nur weil er auf seiner Geburtstagsfeier den Sonderzug nach Pankow ein bisschen zu oft gespielt hat. Ja, ja, aber sowas ähnlich kennt man ja jetzt auch hier mit den neuen Liedern, die man nicht singen darf. Es ist alles dasselbe, nur in einer anderen Farbe. Und viel schlimmer finde ich ja noch, dass ich bemerke, also das kommt nicht mehr aus der DDR. Wenn eine Regierung was Illegale tun will, dann zorgt sie das einfach aus. Dann nimmt eine NGO, mach du mal ein bisschen Stress hier und erfinde doch mal eine Story über ein Potsdam-Jaheim-Treffen oder so. Dann wird das auch gesourced. Und damit wird ja der politische Gegner bekämpft, zum Teil existenziell. Und das gab es schon mal. Damals hießen sie nicht NGOs, da waren es einfach die Schergen der SA. Die waren auch bezahlt, mausy-sourced. Und die haben sich dann vor die Läden der Juden gestellt und gesagt, die kostet nicht ein. Ist dasselbe mit anderen Methoden, mit anderen Mitteln. Aber im Grunde, sämtliche NGOs, die von sich glauben, die seien die Guten, die benutzen genau die Methoden der Faschisten. Die wollen wieder Krieg mit Russland, wie früher. Die wollen boykottieren. Die wollen Meinungsfreiheit weg, die wollen Pressefreiheit weg, die sind Rassisten. Also warum bitte glauben, die Antifaschisten zu sein? Weil die waren exakt dasselbe wie die Faschisten. Mit den Methoden. Sie hassen alte, weiße Männer. Die neuen Rassisten bekämpfen den Rassismus mit rassistischen Methoden. Und die neuen Antifaschisten bekämpfen den Faschismus mit rassistischen Methoden. Und die neuen Demokraten bekämpfen die Demokratie mit undemokratischen Methoden. Und jeder, der rechts bekämpft, der hat nicht bemerkt, dass man ihn benutzt, und zwar dafür, die Friedensbewegung zu bekämpfen. Dass es nämlich auffällt, dass wir Angst haben vor Atomkraftwerken, aber nicht vor Atombomben. Dass unser oberster Kriegsminister sagt, es ist mit dem Völkerrecht entdeckt, Moskau zu bombardieren. Wir sind an einer Stelle, wo wir wirklich aufpassen müssen. Da, die wollen wieder Krieg. Und die grenzen Leute aus, die entmenschlichen Leute. Und da sind wir jetzt beim Thema. Heute bist du nämlich als Sänger unterwegs, der für den Frieden singt. Jedenfalls habe ich das so vermutet und habe dich deswegen eingeladen, weil mich gerade diese Friedenslieder interessiert haben. Was machst du denn für Erfahrungen damit? Also wir haben jetzt schon eine kleine Ahnung, welche Art von Liedern du singst. Du singst ja auch ein Lied zum Beispiel von Udo Lindenberg, aber du singst auch deine eigenen Lieder zum Frieden. Dann hast du das Gefühl, dass du die Leute zusammenbringst oder spaltet es die Leute? Nur eine kleine Anekdote. Als ich damals den Song schreiben wollte, hat sich ein Manager von den No Angels für mich interessiert. Der hat mich auf der Straße irgendwie gesehen. Ach ja, die mit den No Angels, die gibt es noch. Ja, ja. Da der Manager von Anfang an von den No Angels war, da hatte ich ein gutes Gefühl, weil wer so lange jemanden managt, der kann okay sein. Aber irgendwann hatte ich dann die Idee zu dem Lied und dann hat er gesagt, ja, kannst du machen. Finde jetzt nicht so prall die Idee, rein aus verkaufstechnischen Gründen. Das ist ein Einer, ja. Aber dann machen die so traurig, sonst können wir das im Radio nicht sehen. Im Radio findest du keine traurigen Lieder. Es sei denn bei Herbert Grünemeyer, sehen Sie, ich stauben wieder, dann geht das, der darf das. Ansonsten findest du keine traurigen Lieder im Radio. Schon ja nicht tagsüber im Tagesprogramm. Da ist das, hey, wir freuen uns, und die Sonne schallend und lustig, tralala. Und da wurde es noch nicht. Enorm gut gelaunt, diese Moderatoren sind schon so dermaßen zwanghaft gut gelaunt. Genau. Und deshalb hat er gesagt, mach mal nicht so ein trauriges Lied. Und da habe ich gesagt, ja, Krieg hin. So, und dann war er fertig, der Song. Und da habe ich gesagt, ja, gut, viel trauriger geht es jetzt aber auch nicht. Ich habe Meilenwelt daneben geschossen. Habe es dann aber trotzdem so gemacht und wollte es auch nicht mehr ändern. Und dann habe ich so eine Erfahrung gemacht, wir haben bei einer Ballkaffete gespielt und haben wirklich lederbekleidete Männer da mit Bärten, die haben eine Tränenung. So, jetzt haben wir gleich wieder mehrere Fragen, die sich auftun. Du hast also schon zu tun gehabt mit der kommerziellen Musikszene. Natürlich. Und du bist auch im Radio. Das heißt, du bist nicht nur der Böse. Du bist nicht nur der Böse, der kontroverse Lieder singt. Nee, nicht mal das. Nicht mal das stimmt. Ich war überhaupt noch nie. Du warst noch nie der Böse. Ich habe gar keine bösen Lieder gemacht. Bis ich dann, eigentlich haben sie dadurch, dass sie mich zum Rechtsradikalen gemacht haben, ja eigentlich dafür gesorgt, dass ich jetzt deutlicher werde in meiner Ansprache. Okay. Ich kann ja nicht mehr verlieren. Jetzt ist es raus. Du bist zum Rechtsradikalen. Naja, und Reichsbürger, Antisemit und Efallene Engel von der Hölle, bitte. Seit wann? Seit wann? Ja, Efallene Engel, seitdem unser Bundeskanzler alle Friedensliebenden so genannt hat. Das heißt, es war vorher nicht so? Natürlich nicht. Es gibt keinen Text, es gibt kein Lied, es gibt kein Video, kein Post. Es gibt nichts, was in irgendeiner Form mich irgendwie Reichsbürger, antisemitisch, rechtsradikal oder nennen könnte. Es gibt gar nichts. Ich habe bei dir ja was gefunden. An der Textzeile lautet bei dir, kein Bock auf Faschisten. Ich meine, das ist doch schön. Könntest du doch bei der Antifa aufsichtigen. Aber das schützt dich nicht davor, selber als Nazi-Wertüte zu werden. Ja, schützt dich nicht. Nein. Und hast du wirklich das Gefühl, das ist neuerdings so? Natürlich. Das hat damit zu tun, dass die keine Argumente haben. Linke haben ja keine Argumente haben. Aber wenn man nicht so reden hört. Ich bin ja selber, eigentlich würde ich sagen, sozialisiert so linksliberal. Aber ich kenne die Schwächen der Linken. Aber ich kenne auch die Vorteile von dem Linken. Das war nämlich auch viel. Und wenn man das jetzt so mit dem Liberal verknüpfen würde, wäre das meine Idealsvorstellung von Gesellschaftsordnung so. Wie ist das eine Utopie? Aber Kommunismus ist doch und allmögliche. Selbst Demokratie ist eine Utopie. Ich habe noch einen Verdachtsfall. Heimat. Oh, hey, du hast Heimatlieder. Da kommen wir übrigens wieder dazu, dass sämtliche Definitionen geändert werden. Ein Patriot ist kein Nationalist. Ein Nationalist ist jemand, der andere Nationen ablehnt und seine Höhe erstellt. Ein Patriot findet seine Kultur gut. Und ein Patriot würde sich mit Patrioten eines anderen Landes super verstehen. Eher der Patriot aus Türkei würde nicht verstehen, dass es hier keine Patrioten gibt. Der würde er sehen, dass sie als Waschlappen sind. Da gebe ich dir recht. Ich habe es sogar mal gehört, das kannst du mir leider nicht bestätigen, weil du auch nur einseitig das beurteilen kannst, dass man in der DDR sowohl das Wort Heimat als auch das Wort Patriot höher geschätzt hat als im Westen. Natürlich. Es ist kein böses Wort gewesen. Nein, meine Heimat ist ein Kinderlied. Ja, aber im Westen werden Heimatmuseen umbenannt. Jetzt muss man sich doch fragen, warum ist denn das so? Warum werden die denn umbenannt? Warum ist denn da ja kein Stolz da? Du hast einen gewissen Stolz auf deine Heimat und das macht dich zum Rechten heute schon. Naja, aber sagen wir mal so, ich habe den Eindruck, dass der Ossi auch mehr Bescheid weiß über die Geschichte von Deutschland als der Wessi. Wir bestehen aus mehr als nur zwei Weltkriegen und einer Mauer. Da gab es noch eine Renaissance, da gab es Karl den Großen, da gab es ganz viele Sachen in der deutschen Geschichte, die großartig waren. Die Deutschen hatten 90 Prozent aller Erfindungen auf der Welt damals in den 90er Jahren. Oh, 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 du redest dich gerade wieder im Kopf. Nein, ich sage einfach Fakten. Du, ich nenne Dinge beim Namen und wenn es nun mal Fakten sind, ist es doch so. Darauf kann man stolz sein, kann man sich freuen. Man kann nicht stolz darauf sein, irgendwo geboren zu sein, weil das ist ein Zufall, da hat der Linke ja recht. Da kann keiner was dafür, da kann man nicht stolz drauf sein. Ja, man kann sich freuen, dass man da geboren wurde und man kann dann stolz sein, auf das, was die Vorgänger da gemacht haben und sagen, hey, das haben andere nicht geschafft und mit denen habe ich irgendwas zu tun. Finde ich toll. Finde zum Beispiel Pappnasenfeste furchtbar. Ich freue mich aber, wenn es Leute gibt, die das machen. Weil hier so Karnevaldreck. Achso. Ich freue mich, wenn es Leute gibt, die das schön finden und das machen. Ich finde es schlimm, wenn Kinder heute in der Schule nicht mehr meine Heimat oder hoch auf dem gelben Wagen oder wo alle Vöglein sind schon da, also irgendein Volkslied kennen. Die lernen im Unterricht meine Lieder. Macht mich stolz, aber... Echt, das war? Ja. Sag mal ein Lied. Von meinen Lied? Ja, ja. Mein Herz, mein Blut, mein Fleisch. Ich weiß nicht, dass sie das schon mal gemacht haben. Das ist jetzt nicht meins, sondern das ist von der Band 6, da vorher noch. Aha, also das ist vorher schon mal eine Band. Genau, also ja. Ja, wir haben das ein bisschen ausgeklammert, deine Geschichte ab deiner ersten Niederlage gegenüber der Obrigkeit, dass du mit 16 gecancelt worden bist. Da war nur ein kleines Loch, ja. Ja, war ein kleines Loch. Du hattest schon andere Bands und nicht nur diese Krähe-Band, mit der du heute unterwegs bist und du hattest bis vor drei Jahren noch nicht das Image, dass du rechts bist. Ich habe es doch heute nicht. Nur bei denen, bei den Faschisten habe ich es. Ich bin nicht rechts und... Also, wenn nur bei denen meinen, dass ich jetzt rechts bin, bin ich es doch nicht. Wer sind die denn, diese homöopathischen Größenordnungen? Die machen sich doch nur groß im Internet. Bezahlen sie Leute. Dass du den Eindruck bekommst, dass es ganz viele von denen gibt, die gibt es nicht. Es gibt nicht so viele Blöde, die globen, dass es 72 schlechter gibt. Aber es gibt ein Problem. Du kannst mal rausgehen und jemanden fragen, wie viele schlechter gibt es. Dann wird er dir sagen, schwierige Frage. Ja, verstehst du? Also, der weiß aber auch, dass es nur zwei gibt. Der weiß aber nicht, was er sagen soll. Ja. Hier wird immer in der linken Diktatur Druck gemacht, den Leuten Angst gemacht und mit Zensur gearbeitet. Und genau, passiert das auch gerade. Ja, wenn es soweit ist, wenn du es schaffst, einem Land einzureden, dass es mehr als zwei schlechter gibt, dann kannst du mit denen halt machen. War das schon so in der DDR? Na klar. Hattest du das schon? In der DDR haben sie auch irgendwelchen Blödsinn erzählt. Und das Schönste war immer die aktuelle Kamera, die ist wie heute, Tagesschau. Da wurden keine Probleme benannt. Da war alles schön. Und wenn es irgendwo was Schlimmes gab, dann haben die was Belangloset gefunden, was aber schön war. Und ob jetzt 20 Leute abgestochen wurden, ist ja. Dafür ist da hinten, wie der Plan erfüllt worden, mit über 5 Prozent. Und das ist ja viel schöner. Es gab auch keine Mörder in der DDR, da wurde mir nicht berichtet. Oder Kapitalverbrechen. Der Eindruck war immer der, das war halt schön. Ja, die Kriminellen waren alle im Westen. Natürlich. Ich kenne Leute, die hätten wirklich Angst vor dem Westen. Bitte. Es gibt ja viele Momente, die verantwortlich sind, wie jetzt in der Hirnwischen stattfindet. Aber eine ist immer dabei. Angst machen. Und das hat den Hintergrund, dass den Stammhirn, die Amitala, quasi da, da sind alle Urinstinkte drin. Also Hunger, Angst, Fressen, Paarungstrieb und so weiter. Der Rest bei Menschen, die Intelligenz hat sich in dem großen Hirn herumentwickelt. Und wenn du jetzt in Panik versetzt wirst, dann ist das große Hirn raus. Und die Kriminellen entscheidet darüber, wie du dich verhältst. Und du suchst jetzt nur instinktiv nach Rettung, nach einfachen Lösungen. Und wenn sie das geschafft haben, können sie mit dir manipulieren. Dann wird einfach nur alles wiederholt, ständig wiederholt. Es wird Framing geben, dass man zum Beispiel, wenn man sagt, der russische Angriffstrieg, der am 22. irgendwann begonnen hat, der, wenn man das immer so nennt, dann wird einfach ausgeblendet, dass vorher der Krieg schon begonnen hat. Der unprovozierte russische Angriffstrieg. Ja, also das wird immer geframed. Die rechtsradikale AfD. Das sind alle Methoden der johannische. Und wenn eine Lüge auf die Luft wiederholt wird, dann wird sie gelobt. Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage, wie es dir so geht bei deinem Auftritt. Hast du dann das Gefühl, die Leute stimmen dir zu, die singen vielleicht sogar mit? Oder hast du das Gefühl, die Gegendemonstrationen werden immer größer? Oder du wirst zunehmend gecancelt? Der Zuspruch wird immer größer. Ja. Man bemerkt dann, gerade wenn ich mich über Länder lustig mache, wenn ich dann sage, hey, ich bin tolerant, ich begrüße ja alle 72, die schlechter. Und wir alle mussten uns sehr zu kurzem für nicht schlecht festlegen. Ich habe da einen Penis dran, ich habe mich für einen Mann festgelegt. Also ich persönlich würde auch das Gewicht ändern wollen und das Alter. Ich kenne viele Frauen, die dann 29 bleiben, für immer. Aber man kann jetzt nur einmal im Jahr mit dir schlecht wechseln. Und deshalb hat die Strategie geändert, ich bin jetzt also eine Frau. Stefanie. Meinetwegen, und zwar gefangen im Männerkörper, aber lesbisch. Und das erzählst du auf der Bühne? Das erzähle ich dann so und dann merkst du dann, wie wirklich 90 Prozent, 95 lachen. Und zwei, wahrscheinlich Lehrer, so da sitzen. Okay, und was ist, wenn du was zum Thema Frieden machst? Erzählst du dasselbe, was du gerade eben erzählt hast über Putin auf der Bühne? Ich weiß, dass es auf keinen Fall funktioniert, wenn ich eben meine Meinung dazu erkläre, wie der Krieg entstanden ist, wer Putin ist. Der Westen verliert seine Macht und jetzt kämpft eigentlich der Westen seine letzte Schlacht. Der Westen wird untergehen gegenüber den Kriegstaaten, das ist einfach so. Das ist aus meiner Sicht der Dinge von außen. Das werde ich jetzt keinem erklären. Wirklich, das ist mir so keiner glauben. Ich möchte, dass man diese Regierung hinterfragt, dass man sie nicht ernst nimmt, dass man darüber nachdenkt, ob das halt richtig ist. Und deshalb ist die beste Stilmitte, dass man sich über die lustig macht. Damit macht man sie nicht stark, damit macht man sie klein. Und die sind ja wirklich nicht groß. Die Grünen fallen ja bald ja nicht mehr hier in Sachsen oder so. Die haben ja schon nur noch drei Prozent oder so. Ja, aber im Krieg hört der Spaß auf, oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass man über diese Genderfrage gut mal einen Scherz machen kann. Ich kenne das ja vom Kabarett. Das ist einfach ein gutes Kabarett-Thema. Aber Krieg nicht. Was würdest du sagen, ist dein erfolgreichstes Lied? Und welches ist das Lied, mit dem du dich im Augenblick am wohlsten fühlst? Was du vielleicht im Augenblick am wichtigsten findest oder was du am liebsten singst? Gibt es das? Alles wird gut, Mama, ist wirklich der Song. Das ist das Lied, wo du am meisten Herzblut reinlegst, wenn du das singst? Ich kenne ja unterschiedliche Veranstaltungen. Mal spiele ich auf einer Demo oder ich spiele auch bei Geburtstagen oder Hochzeilen. Und natürlich auch Konzerte, mal kleinere Sachen, größere Natur. Normalerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Geburtstag bin, dann macht das Spaß. Und gut, da mache ich jetzt keine nachdenkliche Musik und will noch irgendwie die Laune versauen, ist ja klar. Ja, aber in letzter Zeit, entschuldige ich mich dann, aber am Ende befolgt dann jeder und sagt, der Song ist mir wichtig. Den würde ich gerne noch spielen und das mir dann auch keiner übel. Die Zeit arbeitet gegen uns. Es gibt Leute, die im Krieg wollen und die werden alle tun, den durchzuführen, wenn sie keiner stoppt. Die wird keiner stoppen. Der Einzige, der es schaffen könnte, diesen nächsten Weltkrieg zu stoppen, das sind wir. Wir können es aber nur schaffen, wenn wir wieder geeint werden und nicht uns spalten lassen haben gegen links und rechts und geimpft und ungeimpft. Und wenn uns das nicht schnellstens gelingt, dann gnade uns Gott. Wir sind die Einzigen, die den nächsten Krieg aufhalten können. Und das ist für mich absolut wichtig, solange, bis er dann kommt, alle dafür zu tun, dass er nicht kommt. Wenn Leute mir das übernehmen, dass mir, ja, mir war schon immer, ja, was andere Leute von mir denken, schon immer. Und ich glaube, es ist die größte Freiheit, die du haben kannst, wenn dir, ja, alles was andere von dir denken. Wenn sie anderer Meinung sind, können sie die anderen sein. Wenn sie dann sauer sind auf mich, können sie auch sein. Aber ich kann es nicht für mich behalten. Das ist eine Wahrheit, die ich erfahren habe. Und ich werde sie nicht für mich behalten, weil ich hoffe, wenn ich sie weitergebe, dass ich andere Leute damit infiziere und vielleicht schaffe, mit meinem Teil beizutragen, dass dieser Krieg nicht stattfindet. Man merkt wirklich, dass du sprudelst, dass du, wenn du anfängst zu erzählen, gar nicht mehr so richtig zu stoppen bist, wie so eine Mineralwasserflasche, die man gut geschüttelt hat. Und bei der Hitze, dann kommt es raus, dann kommt es raus, dann kommt es raus aus dir. Das ist die Energie, die du wahrscheinlich auch brauchst. Ich bin ziemlich beeindruckt von den Videos. Man merkt da eine Kraft und eine Energie, eine Hingabe, wenn du singst. Du singst hingebungsvoll. Ich habe mir stillen gedacht, Mensch, wenn ich so in dem Alter schon so gut Gitarre gespielt hätte, da hätte ich mich gefreut. Das kannst du. Kannst wirklich einen hingebungsvollen Auftritt hinlegen. Du hast einfach diese Energie, du sprudelst und sprudelst und sprudelst und sprudelst und sprudelst. Ich habe dich vielleicht ein wenig falsch eingeordnet zunächst. Ich habe gedacht, du wärst so einer, der so ein bisschen im Underground, undercover lebt. Aber dann war ich doch sehr beeindruckt, als ich gesehen habe, wie du mit Orchester auftrittst. Ich meine, mit Band, das kann jeder. Na gut, das kann nicht jeder, das können viele. Aber mit Orchester, hallo, das ist schon nicht mehr alternativ, nur mit dem Rucksack irgendwo hingekommen und mit dem Schlafsack auf einer Demo gespielt, sondern das ist dann schon richtig. Ein zweieinhalb Stunden Konzert mit einem 66-Köpfchen-Sinfonieorchester und ausverkauftet raus in den Kopf. Hervorragend. Das sollte man wirklich mal erwähnen. Alles eigene Songs. Das sollte man wirklich mal erwähnen, damit man nicht den Eindruck hat, du bist jetzt bloß so einer, der auf der Straße geduldet wird, weil er für die richtige Sache Frieden zählt. Ja, wer sich dafür interessiert, der findet es aber nicht unter Krähe. Der müsste mal gucken, unter Six Classics mit C geschrieben und hinten X Classics C und hinten X als Wortspiel Classics. Six Classic oder Six Rock Band. Die vorhergehende Band, die hatten ja schon viele mit eigenen Songs probiert, einfach um auch das Image von Coverband loszuwerden. Das war mein Ansinnen, deshalb habe ich sie gemacht, weil wir haben 25 Jahre hart daran gearbeitet, dass die Leute globen, wir sind die beste Coverband der Welt. Jetzt können wir die nicht übernehmen, dass sie nur globen, dass wir die beste Coverband der Welt sind. Und du kriegst das nicht weg. Du warst die beste Coverband der Welt. Wir waren gut. Eure Name? Six. Das ist ja 1991, ich habe die gegründet. Das ist es eben. Du bist nicht nur eine Garagenband oder überhaupt keine Garagenband. Hier kommen zwei Sachen zusammen. Ihr kommt also ein sehr deutlich auf den Punkt gebrachtes politisches Denken mit einem wirklich hohen musikalischen Anspruch. Bitteschön, das hat man selten. Danke. Der Künstler muss eigentlich der Regierung auf die Finger schauen. Das ist eigentlich seine Aufgabe. Ja, ich höre mal wieder auch Veranstalter, die sagen, lass doch das sein. Die Leute wollen doch das nicht hören, die wollen doch feiern. Ja, klar wollen sie das nicht hören, die müssen es aber hören. Ja, hier gerade um Krieg, hallo. Wach werden. Ich verstehe die Menschen nicht, ich verstehe sie nicht. Die globen wirklich, dass es nicht schlimm ist, wenn unser Minister sagt, wir können Moskau bombardieren. Das ist für ein Völkerrecht. Oder Panzer retten Leben. Alter, wie ein Blöck ist das? Wie viel Leben haben wir denn gerettet jetzt mit unseren Panzern, die wir da hingeschickt haben? Weißt du, ist das so offensichtlicher Blödsinn. Wie dumm muss man denn sein, zu globen? Ich verstehe es nicht. Also wirklich diese Manipulation, die funktioniert so derartig gut. Das ist irre. Lieber Stefan, ich muss die Kurve kriegen. Du hast so schöne Schlussworte gefunden, dass es mich schon ein paar Mal in den Finger gejuckt hat, zu sagen, okay, jetzt ist es aber das. Das war jetzt aber das finale Schlusswort. Schöner kann ich es auch nicht sagen. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass ich mich wirklich bedanke, dass du dir die Mühe gemacht hast, hier bei dieser brüllenden Hitze hierher zu kommen. Und dass du uns einen kleinen Einblick gegönnt hast in deine eigene Geschichte, aber auch vor allen Dingen in die Situation, in der wir heute stecken, die nämlich tatsächlich von wahrscheinlich keinem größeren Problem gekennzeichnet ist, als die Gefahr durch den Krieg. Einzige, was uns verbindet, ist Frieden. Nicht mal das schaffen, aber da können wir nicht mal zusammenrücken. Also das ist das Wichtigste, was wir im Augenblick gerade haben. Warum kämpft ihr gegen rechts? Brauchter könnt ihr sein lassen. Ihr bekämpft die Friedensbewegung. Ihr könnt einfach aufhören, weil ihr werdet dann im Krieg schlagen. Ihr werdet nichts davon haben, dass ihr gegen rechts gekämpft habt. Ihr werdet einfach demnächst tot sein. Entweder an der Front oder hier einer von den 15 Millionen Opfern, die demnächst der Dritte Weltkrieg bringen wird. Den ihr zu verantworten habt, weil ihr gegen rechts gekämpft habt und damit die Friedensbewegung benutzt habt. Ihr habt euch als Vaseilen der Kriegsindustrie benutzen lassen, ohne dass ihr das wusstet. Aber wenn eine Sarah Wagenknecht oder eine Alice Schwarzer rechtsradikal sein sollen, weil sie eine Friedensdemo gemacht haben, dann sollte man wach werden. Aber nur mal für alle, die wirklich globen, dass da Rechte sind, dürfen Rechte keinen Frieden haben. Für Frieden geht mit jedem auf die Straße. Mit allen gehe ich auf die Straße und will Frieden. Auch mit Habeck. Auch mit Habeck, das war ja ein bittere Schlusspunkt. Ich versuche es nochmal. Lieber Stefan, ich bedanke mich herzlich dafür, dass du gekommen bist. Und ich bedanke mich herzlich dafür, dass du gekommen bist. Und ich bedanke mich auch für dein Engagement, für den Frieden. Nicht dafür. Okay, mach's gut. Das war die Sendung Unterfreunden mit Bernhard Lassan auf dem neuen Sendeplatz am Sonntag um 15 Uhr und in der Wiederholung um 21 Uhr, sowie am Montag um 8 und um 11. So soll es auch in den nächsten Wochen weitergehen. Es werden auch weiterhin die Folgen von Unterfreundin archiviert und als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass sie die anhören können, wann immer sie Zeit dazu haben. Das Archiv kriegt sogar eine eigene Seite und wird ausgebaut. Da finden Sie Zugaben, Bilder, Tipps, Hinweise, Ergänzungen, Informationen zu meinem Gast, zu Stefan Krehl, zu seiner Band Six und zu Class Six und zu Aktionen für den Frieden, die für ihn zu einem Herzensanliegen geworden sind. Aber seien Sie nachsichtig. Die Seite ist noch im Aufbau, ja, und manchmal kommt es mir vor, als wäre das Leben sowieso eine einzige Baustelle. Es hat mich sehr gefreut, dass Stefan Krehl Zeit für einen Abstecher gefunden hat. Er war auf dem Weg zu Tim Kellner und kam mit angenehmer Begleitung auf einen Kurzbesuch vorbei und hat so viel erzählt, dass es noch für mindestens zwei Sendungen reichen würde. Aber ich muss einen Schluss finden, damit verabschiede ich mich. Herzlich, Ihr Bernhard Lassan Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag. www.kontrafunk.radio www.kontrafunk.radio